Und damit welcome back, werte Survival-Fans, da draußen auf eurem Bildschirm hin zu einer weiteren tüchtigen Folge Ark Survival Ascended. Schön, dass du da draußen wieder mit am Bildschirm klebst und ein großes fettes Dankeschön geht raus an alle Zuschauer, die das letzte Video positiv bewertet haben. Vielen lieben Dank. Ja, Freunde, wir befinden uns immer noch in der Vorbereitung zu unserem Rachefeldzug und ich habe jetzt hier mal das ganze Eisen, was wir in der letzten Folge geholt haben, mit reingeschmissen. Das brennt jetzt hier einmal schön durch. Ich warte jetzt hier mal aufs Resultat an sich und ein paar andere Sachen wollte ich noch machen. Und zwar unter anderem habe ich mir jetzt gedacht, das hier ist sozusagen der Vergnügungsraum, der Zuchtraum und Trixi und Lupin haben mir gesagt, sie sind gerade ein bisschen horny und deswegen dachte ich mir, okay, dann lasse ich den mal im Lauf der Natur nachgehen und die dürfen sich jetzt im Grunde erst mal paaren, damit wir da mal schon mal ein bisschen Nachwuchs bekommen. Dementsprechend geben wir das Ganze jetzt hier mal frei. Naja, cool. Lupin ist eh immer bereit, alles klar, wissen wir Bescheid. Das heißt, da warten wir jetzt kurz ab. Dann habe ich mir überlegt, ob ich mir nicht vielleicht irgendwie so eine Art Maschinengewehr baue. Falls ich irgendwie bei dem Kampf von dem Jutti, den ich mir noch besorgen möchte, hinunterfalle und dann irgendwie ballern könnte. Da dachte ich mir, okay, so ein Sturmgewehr wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Das können wir dann sicher auch noch ein bisschen aufwerten, damit ich mir Schaden mache. Naja, erstmal abkacken, ne? Ja, hast du recht. Genau, das heißt, einmal eine neue Waffe für mich. Rüstung hatten wir in der letzten Folge schon aufgewertet. Die Sättel wollte ich noch aufwerten von den Tieren, die mit in den Krieg ziehen. Und ich glaube, ein paar Geodensteine wollte ich noch machen. Diese Pokebälle. Weil ich nochmal so eine Taming-Tour machen möchte, wo wir dann alle Tiere ranholen, die ich mir jetzt noch vorgestellt habe. T-Rex in weiblich. Ein Terry in weiblich. Ein Säbelzahntiger in weiblich. Und wie ist das denn mit den Kanus jetzt hier? Da haben wir eigentlich schon Männchen und Weibchen. Aber wer in Zucht? Ist das wirklich so schlimm? In wie läuft das? Ich habe Inzucht noch nie betrieben. Keine Ahnung. Ich mache sowas normalerweise nicht. Aber da wir uns im Krieg befinden, machen wir auch mal Sachen, die man sonst nicht so macht, ne? So, ist gleich soweit. Ah, ich habe kein Fleisch. Warte. So, Fleisch. Ah, beide. Okay, ähm. Ah, nee, du bist jetzt erstmal nur schwanger, ne? Okay. So war das ja. Okay, Lupin, good job. Tricks die schwanger. Sehr gut. Das heißt, dadurch kann ich eigentlich wieder... Ach, weißt du was? Bleib hier drin. Der ist schön warm. Ist gemütlich. Bleib hier drin. Das ist in Ordnung. So, Tragzeit dauert noch ein bisschen. Wir hatten ja sonst immer die Nanny, die sich um die Kleinen gekümmert hat. Die haben wir jetzt nicht mehr. Ich hatte versucht, die via, ähm, Pistole, die ich mir mal runtergeladen habe, via Mod, mit dem man Strukturen aufheben kann, hatte ich mal versucht, die alte Nanny in der alten Base aufzuheben. Aber ich habe nur die, einen Teil der Rohstoffe bekommen, die wir damals für die Nanny ausgegeben haben. Und für die hatten wir Honig gebraucht. Und wir haben hier keinerlei Honig mehr. Aber ich werde das jetzt erstmal noch in die eigene Hand nehmen. Das Baby jetzt zumindest. Und dann müssen wir irgendwann auch mal wieder Honig holen. Könnte man tatsächlich drüber nachdenken, dann auch gleich eine Bienenkönigin mit hier herzuholen. Damit wir immer Honig haben. Okay, gut. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Dann würde ich mal sagen, nutze ich die Zeit und schaue mir mal eben die Waffen an. So. Schusswaffen. Sniper. Das Maschinengewehr oder Sturmgewehr. Oder die Pistole. Verbessert, die Pistole hat eine hohe Feuerrate, ein großes Magazin. Oder halt Sturmgewehr. Ich weiß nicht, was besser ist. Bei Sturmgewehr brauchen wir halt echt viel Munition. Für die Knarre bräuchten wir dann die verbesserte Muni. Und da bräuchten wir die Gewehr-Muni. Geht aber eigentlich auch. Muss ich mal ausprobieren. Ich tendiere jetzt gerade mehr zum Sturmgewehr. Da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Metallbarren. Und Zement. So, Zement. Nehmen wir die Hälfte. Metallbarren die Hälfte. Schmeißen wir es mal hier rein. Gucken wir an sich, wie viel Zement haben wir denn eigentlich noch so in der Base vertreten. Nicht mehr viel. 100 insgesamt, das ist wirklich nicht viel. Zement war Stein und Ketien. Okay. Ketien haben wir an sich schon einiges da. Steine. Müsste ich nochmal holen. Wir machen mal zwei so Dinger kaputt. So, das da. Das da. 250, 250. Das passt. Machen wir gleich 500 da. Das könnte man eigentlich auch machen. Wo war Autostack? Hier. Machen wir es so. Können wir das jetzt hier mal reinfeuern. Dann muss ich nochmal mit dem Dödi los. Mal ein bisschen Stein holen. Wir sind hier noch drin. Ein bisschen was. Viel geht da nicht raus. Habe ich noch Stein in der Rohstoffkiste? Nee, aber hoffen, weil es ist Ketien. Okay, wir brauchen noch ein bisschen. Derzeit könnte ich nochmal eine Runde rollen. Rollercoaster. Guck mal nochmal ein bisschen Stein heran. Wir haben ja genug. Ja, wird halt jetzt die nächsten Folgen ein bisschen gediegener. Ist halt die Vorbereitung. Und dann gibt es fette Action. So, grundsätzlich spricht auch nichts dagegen, dass wir vielleicht doch nochmal Honig holen. Nur mal Honig. Für die Nanny. Da brauchen wir ja an sich eh nicht viele. Viel Honig. Also von dem her. Glaube ich, machen wir da auch nochmal einen kleinen Ausflug. So, Kumpel. Das ist zwar nicht viel, aber ein bisschen was. Sollte allerdings ausreichen. Da haben wir dann auch nochmal ein bisschen Zement auf Reserve. Dann schaue ich mal, wie viel Schuss ich dann mache. Das Sturmgewehr. Fabrikator. Bundesmaterial. Waffen. Schusswaffen. Sturmgewehr. So. Munition. Brauche ich ja das hier. Schießpulver. Schießpulver brauche ich aber auch nochmal Stein. Ne, Zündpulver brauche ich da. Hatte ich aber schon mal vorbereitet. Und Holzkohle. Wo habe ich denn am meisten Holzkohle? Hier ist gar nicht so viel drin. Irgendwo hatte ich mal mehr gesehen. Schauen wir mal, ob wir irgendwas ziehen können. Oh ja, da geht einiges. Aber wie? Alter. Okay, daran scheitert es auf jeden Fall gar nicht. Da können wir ja tausend pro Ding machen. Eins, zwei, drei. Den Rest lassen wir erstmal da drin. Dann schmeißen wir da noch tausend rein. Dann schmeiß ich mal durchbacken. Das kann durchbacken. Das kann durchbacken. Äh, backen. Nicht packen. Gut, dich pack mal wieder draußen, mein Lieber. Kriegst du dann irgendwann auch noch den nächsten Namen. Muss ich erstmal noch den Altar bauen. Okay, wie schaut es hier aus? Sechs Minuten. Okay, dann machen wir gleich mal hier weiter. Also, wenn wir dann Schießpulver haben. Gehen wir schon mal hier was rüber. Ziehen den Rest hier rein. 200. Okay. Machen wir mal. Erstmal nur eine zur Probe. Dass auch wirklich die richtige Muni ist. Das wird, glaube ich, das erste Mal ein Arc sein, dass ich Schussgewehre hernehme. Sonst habe ich ja eigentlich maximal mit der Armbrust gearbeitet oder mit dem Kompon-Bogen. Auch Pistole hatte ich noch nie benutzt. Auch jetzt hier habe ich, glaube ich, Pistole noch nie benutzt, ne? Das ist die richtige Muni. Okay, das passt eigentlich auch ganz gut. Okay, das war auf jeden Fall die richtige Munition. Können wir da mal komplett alles machen? Naja gut, 21 Schuss ist jetzt gerade im Moment nicht viel. Aber hier muss natürlich erstmal alles durchlaufen. Wo schon wieder ein bisschen was Fertiges. Ah, da ist leider die Pull-Mod echt noch nicht ausgereift. Die zieht leider noch nicht aus allen Strukturen die Items raus. Also hier muss ich alles noch per Hand rausnehmen. So, jetzt können wir auch mehr machen. Da wird es dann eher am Metall fehlen. Ich glaube auch die Öfen kann ich das Metall nicht rausziehen. Oder? Ja doch. Schauen wir mal nach. Doch, Öfen funktionieren. Okay. Scheitert aber erst mal wieder an Schießpulver. Ja, ein bisschen was ist noch in Mache. Also ich glaube, das was ich an Munition rauskriege, das reicht dann auch erstmal. Das ist ja im Grunde nur für den Notfall. Aber eigentlich wollte ich ja auf dem Juti draus sitzen. Nichtsdestotrotz gucken wir mal, was benötigt die zum Upgraden. Cement. Werde ich jetzt nur ein, zwei Mal machen, glaube ich. Jetzt wird das nämlich zu teuer. Ich nehme hier auch mal ein bisschen davon noch raus. Schauen wir mal, was fehlt jetzt. Polymer. Ach du Scheiße, wo habe ich denn Polymer? Ich habe noch fünf Polymer, Leute. Nice. Der Rest ist vergammelt. Chillig. Müsste ich nochmal zu den Pinguineninseln. Ei, 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 ei. Ja, ist noch gut was zu tun hier. Honig müssen wir noch holen. Pinguineninsel müssen wir nochmal. Geil. I like that. Zwei Minuten. Das können wir in zwei Minuten machen. Geoden könnte man auch machen. Geodensteine. Kostenpunkt Kristalle und seltene Blumen. Wo habe ich Blumen? Irgendwo habe ich noch welche. Ich glaube, die hatte ich hier in den Kühlschrank geschmissen. Das ist falsch. Dann habe ich sie nach oben in den Futterdruck geschmissen. Das ist korrekt. So, also wir brauchen noch ein T-Rex, Sabertooth. T-Rex, Sabertooth. Terri sind drei. Was brauchen wir noch? Wölfe züchten wir gerade noch. Kanus passt auch. Dann machen wir Inzucht. Und ein Jutti. Also brauchen wir noch einen Stein. So, dann ist das schon mal fertig. Dann können wir die immer vor Ort einsacken. Die Tiere. Ich glaube, mit dem Futterdruck halten die Blumen auch länger als im Kühlschrank. Naja, hier. 221 Tage hält das. Sehr gut. So, dann nehmen wir die erst mal wieder mit raus. Ich mein Knüppel noch für Pinguine. Könnte ich auch schon mal mitnehmen. Da habe ich mich immer gefragt, wenn wir den jetzt aufwerten. Den Knüppel. Kriege ich dann mehr Polymer aus den Pinguinen raus? Nur mal so zum Test. Wir nehmen den mal mit. Da habe ich den auch immer dabei. Trixi, wie schaut's aus? Oh ja, 17 Sekunden. Gutes Timing. Okay, Trixi. Pressen. Pressen, meine Liebe. Ganz entspannter Gesichtsausdruck. Pressen. Raus das Ding. Oh, cool. Kriegst die Färbung. Ein Männchen ist es geworden. Ein weißes Männchen. Cool. So, komm mal her, du. Hast du ein bisschen was zum Fudern? Alter. Ich habe 170 rein, er hat gleich keine Ahnung. Nee, warte mal. Ich dachte, ich habe 170 rein. Aber mehr geht nicht rein. Okay. Ja, frisch dich mal voll, ist ja gut. Ist er nicht süß? Baby ist denn so süß? Good job, Trixi. Hast du gut gemacht. Ein weiterer Krieger. Die kommende Schlacht. Die darauf folgende Schlacht nach dem Mororex. 170 ist auch ganz gut. 2,5 Leben. Passt 1000 Ausdauer. Gut Schaden. Ja. Das läuft. Zuwendung in 15 Minuten. So, ich muss hier noch ein bisschen Zeit verbringen. Dass ich wenigstens noch ein bisschen Fleisch in das Baby reinpressen kann. Leute, wo ist denn das ganze Fleisch? Was? Wir machen doch hier mal was raus. Was ist denn, was ist noch da? Ich glaube eh, dass jeder was im Inventar hat. Irritiert dieser... Ja, was? Ich weiß nicht. Das ist kein Grafik-Bug, aber... Sieht irgendwie so komisch aus. Ist krass. Ich speichere lieber mal. Das sieht echt eigenartig aus. Stehenbleiben. Wo musst du denn hin, Kleiner? 204? Reicht das? Kommst du damit zurecht? 12 Minuten Prägungszeit. Okay, ich mache jetzt erstmal noch die Munition fertig für das Sturmgewehr und dann würde ich sagen, einmal kurz zu den Pinguinen. Mal ein bisschen Pinguinen-Metzeln. Ach, guck mal hier. Ich habe ja noch mehr Polymer. Chillig. Hat sich das auch erledigt? Noch mehr? Noch mehr? So, 125%. 65. Jetzt fehlt Zement und zwar nicht gerade wenig. Okay, aber mit 165, da kann ich leben. Munition ist fertig. Ah, nein! Ah doch, ist schon richtig. Ich dachte, wir haben jetzt die verpestete Pistolen-Munition gemacht. Okay. 140 Schuss bisher. Aber wir haben ja nochmal ein bisschen Schießpulver. Ja, geht schon nochmal was zusammen hier. Nice. Dermunition. Mal 55 Schuss. Das ist dann für die Schlacht. So, ich schmeiße erstmal das Gewehr hier rein. Wander weiter mit der Pistole. Aber dann ist das schon mal vorbereitet für den Krieg. Jo, Knüppel. Ja, aber Pinguine weiß ich nicht. Wollte ich jetzt eigentlich erstmal nicht kloppen. Obwohl. Doch, wir gehen nochmal ein bisschen Pinguine kloppen. Habe ich irgendwie gerade auch Bock drauf. So, das sollte doch erstmal ausreichen. Zehn Minuten habe ich Zeit. Okay, ich schaue auf die Uhr. Alles klar. Gehen wir jetzt Pinguin kloppen. Eins meiner Lieblings-Hobbys. Bauen wir jetzt Layla, hätte ich gesagt. Können wir auch nochmal ein bisschen schneller machen. Ja, fein, 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 fein. Würde ich sagen, mal zur alten Base. Das Old Home. Weißt du, die Insel an sich nicht weit. Pinguine, ich komme. Palim, palim. Ah, wait. Das war weg. Passiv. So, lass jetzt die Spiele beginnen. So, jetzt schauen wir mal, was wir da rauskriegen. 40. Ja, ich glaube, das Aufwerten hat jetzt, was das angeht, nicht wirklich was gebracht, hm? Na, egal. Muss mal ausprobieren. Das ist so traurig. Das tut mir leid. Das tut mir so leid. Hoch. Verzeihung. Ich glaube, um die dann mal zu zähmen, die Pinguine, sollte ich, glaube ich, nochmal auf Darts umsteigen, weil die weniger Schaden machen. Weil mit Pfeilen, dann ausprobieren kann man es ja mal. Was ist denn du jetzt zum Beispiel, 25er? Nee, du kommst auf die Abschussliste, tut mir leid. Verzeiht mir. Ich nehme eure Gabe. Neuer Polymer. Brauche das. What the fu? Odin? Was war das? Das war ultra laut. 40. Ich will das mal mal ausprobieren kurz noch. 95. Männlich. Und sieht super cool aus. Okay, probieren wir es mal. Schieß der mal hier. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das geht auch mit den Pfeilen ganz gut. Ich brauche ja keine Darts. Kinder kann ich ja dann auch mitnehmen. Was bist du? 40. Weiblich. Du bist die Mutti, oder? Oh Mann. Es tut mir so leid. Euch nehme ich dann auch noch mit, ja? Weibchen. Also wir haben jetzt einmal ein Männchen. Brauchen wir jetzt eigentlich noch ein gutes Weibchen. Können wir die mit einer Hose nehmen. Chillig. Das ist doch chillig. Und dann nehmen wir dich auch noch mit. Und du gehst noch dazu, ne? Sehr schön. Zwei Weibchen noch. Dann holen wir uns noch ein Weibchen. 75 ist gut. Nochmal 75. Aber du siehst irgendwie... Ja, ich hab gut. Ja, es tut mir leid. Ich weiß. Ich habe eure Mutter umgebracht. Aber ihr kriegt jetzt eine Pflege, Mami. Und die mit. So, Kumpel. Mal das rohe Filet, bitte. Eins noch. Tieriger Hund. Ist alle gefressen hier, oder was? Ja, ich hab gut. So, heißt es, wir haben jetzt Weibchen, Männchen. Haben wir ein paar Babys. Also weibliche Babys. Wenn wir keine Inzucht betreiben wollen, müssten wir eigentlich noch ein anderes Männchen mitnehmen. Wie sie angetackelt kommen. Ah, genial. Weibchen. Weibchen. Hast du noch ein Männchen? Sprich. Weibchen. 75. Oh. Nehmen wir auch noch mit. Nicht ins Wasser fallen. Flup. Geil. So, gönn dir. So, das war's, oder? Weibchen noch irgendwas. Noch ein Ei. Brauche ich aber nicht. Wir sind auch noch mit. Die Pinguin-Armee, ey. Kein Wasser mehr. No problemo. Hier war doch Wasser. So, dann kommt mal alle zusammen hier. Ist der andere auch schon fertig? Stimmt, ne? Weibchen-Armee. Alle Kleinen brauchen so lange. Kommt alle zusammen. Vereinigt euch. Hier bei Layla. Oh, alle mitkriegen, hä? Weiß nicht, ob das so funktioniert, wenn ich den Teleporter jetzt starte. Von wo aus bin ich denn... hab ich den Teleporter denn eingesetzt? Wie krass war das, ne? Ja, ja, ja. Egal, ich probier's mal. Let's go! Ich glaub, das sieht ganz gut aus. Ich glaub, wir haben alle. Ja, kommt. Ja, fein. So, die folgen jetzt aber Layla. Ne, mir. Ah, gut. Manche folgen mir. Schon mal rein hier ins Haus. Ja, macht's euch bequem. Ähm, könnt ihr euch irgendwie aufteilen. Könnt ihr euch wie zu Hause. Bedient euch, wie ihr möchtet. Ich glaub, alles da. Wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. Jederzeit für alle Fragen offen. Ja, lasst es euch gut gehen, ne? Wer geht's dir? Naja, stabil. Du bist stabil. Du bist stabil. Aber du brauchst Zuwendungen. Perfektes Timing. 15 Sekunden. Das sind aber noch nicht alle. Da fehlt noch was, glaub ich. So, mein Lieber. Bist du mir ordentlich gestreichelt hier, ne? Keiner schenkt dir Liebe. Was Kibbel? Leck mich. Leck mich, verzogener Hund. War's das? Wo ist der Rest? Wollen die nicht irgendwie an dir kleben? Ich dachte, das wäre mehr gewesen. So, wie es aussieht, waren das alle Pinguiner. Ich hoffe, ich hab die abgepfiffen. Ich komm, ja. Ich hab die ersten Fragen, tauchen auf. Klo habe ich noch keins. Meine Lieben. Nee, nee, da fehlt doch was. Das waren drei Erwachsene und einige Kinder. Ich glaube, ich schau nochmal schnell rüber, ha? Oh, guck mal hier. Das ist schon der erste. Hallo, mein Freund. Was ist mit dir? Was ist mit den Babys? Sind die ertrunken oder so? Wollten die mir hinterher? Naja, einen Erwachsenen habe ich jetzt nochmal gefunden. Ja, wird schon passen. Kann sie ja rein theoretisch über den Tracker dann auch nochmal suchen. Aber so wichtig sind sie ja dann doch nicht. Kommst du mit? Let's go. Auf zum Balkon. Auf nach Balkonien. So, komm her. So, kleine Führung. Erster Hauptraum. Oben ist der Kühlschrank. Finger weg. Und hier ist eine neue Familie. Willkommen. Okay, Leute. Das wäre es erstmal gewesen für heute. Da würde ich mal sagen, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und, ja, ich bedanke mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir den Daumen da lasst oder einen Kommentar verfasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi Kowski.